Hey, Erklär-Share! Bausparen und Depots, wie passt denn das zusammen? Moin, meine kleinen Strolchfreunde! Da die Guthabenverzinsung in einem Bausparvertrag knapp über 0% liegt, macht es Sinn, neben dem Bausparer auch ein Fonddepot zu haben, so sichern wir uns durch den Bausparer einen günstigen Darlehenzins und nutzen während der Ansparphase das Depot für eine schöne Rendite. Untertitelung des ZDF, 2020